In unserem Tagesgespräch wollen wir ebenfalls über die Ukraine sprechen, aber vor allem auch über die Rolle der NATO im Russland-Ukraine-Konflikt. Und dafür ist mir zugeschaltet der Direktor der Bundesakademie für Sicherheit, Karl-Heinz Kamp. Herzlich willkommen nach Berlin. Schönen guten Morgen. Herr Kamp, wie beurteilen Sie das Vorgehen und die Strategie der NATO momentan? Hat die sich bislang in der Ukraine-Krise richtig verhalten? Ja, ich denke schon. Denn erstens mal ist ja die Ukraine kein NATO-Staat. Das heißt, es gibt auch keine rechtliche Berechtigung der NATO irgendeiner Intervention dort. Ich glaube, dass wir eine sehr große Geschlossenheit sehen, sowohl der NATO als auch der EU. Wir haben keinen Streit, wie wir es hatten, um den Irakkrieg oder um den Libyen-Einsatz. Also hier ist eben der Westen, wenn man das so mal eben zusammenfassen kann, ist sehr geschlossen gegenüber Russland. Und ich glaube, dass eben genau das Russland unterschätzt hat, wie geschlossen und auch eben wie stark man da eben entsprechend agiert hat. Nun gibt es dank Artikel 5 des NATO-Vertrags ja die Beistandsverpflichtung gegenüber Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel dem Baltikum oder auch Polen. Und wie könnte denn die NATO denen überhaupt im Fall der Fälle helfen, sollte Russland da Interesse anmelden? Es ist ganz wichtig, dass die NATO genau diesen Fall der Fälle vorbeugend verhindert. Deswegen ist ja angeregt worden, und das ist mittlerweile von der Mehrzahl der NATO-Staaten geteilt, dass man Maßnahmen unternimmt, wie zum Beispiel Streitkräftestationierungen in diesen Ländern, als Signal, als doppeltes Signal einmal an die Länder selber, an die NATO-Mitgliedstaaten zu sagen, das ist ein Signal der Solidarität der anderen, aber auch ein Signal an Russland, dass man genau das nicht macht, dass eben die rote Linie für die NATO wirklich die Grenze zwischen dem NATO-Gebiet und dem Nicht-NATO-Gebiet ist. Wie sinnvoll wäre das denn aus Ihrer Sicht, Truppen dauerhaft dort zu stationieren? Also wir haben es ja schon. Es ist ja so, dass zum Beispiel auch die Bundeswehr für die baltischen Staaten das sogenannte Air Policing fliegt. Also diese Staaten haben keine eigene Luftwaffe, und dann übernehmen NATO-Staaten, dass sie eben an deren Grenzen patrouillieren. Also es gibt schon NATO-Truppen auf dem Territorium. Es wird ja einen NATO-Gipfel im September geben, und da werden sich die 28 Staaten darauf einigen, was man mehr machen kann. Das ist letztendlich auch eine Frage der Kosten, wie viel man dort dauerhaft stationiert. NATO-Generalsekretär Rasmussen bemängelt, dass die NATO-Staaten ihre Verteidigungsetats kürzen würden. Während Russland sein erhöht, ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich ein Problem? Würde mehr Geld für Militärisches, also Hochrüstung de facto, dann für mehr Sicherheit sorgen? Es geht ja nicht um Hochrüstung. Es geht darum, dass einfach die Anforderungen an Sicherheitspolitik heute, und da geht es nicht nur um die Ukraine, da geht es um Entwicklung in Asien, da geht es um Sachen wie Cyber, da geht es um Sachen wie halt im Energiesicherheit. Die Anforderungen an Sicherheitspolitik in unserer globalisierten Welt haben sich erhöht. Auf der anderen Seite reduzieren wir eben die Verteidigungsausgaben. Da kommen wir irgendwann an die Stelle, wo man sich fragen muss, was man noch mit den Mitteln sinnvoll machen kann. Auf der anderen Seite geben wir sehr viel Geld doppelt aus, gerade innerhalb der NATO. Insofern, es geht nicht notwendigerweise um Mehrgeld, es geht auch nicht notwendigerweise um Hochrüstung. Es geht darum, die vorhandenen Mittel, die auch nicht ganz wenig sind, sinnvoll auszugeben, um genau das zu machen, worum es der NATO geht. Durch vorbeugende Sicherheitsvorsorge genau den Konflikt zu vermeiden. Das heißt, Deutschland sollte sein Verteidigungsetat erhöhen, nicht erhöhen? Deutschland ist, wir sind ja eines der wenigen Länder, die ihn zumindest nicht weiter abbaut. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich erhöhen. Polen zum Beispiel, auch einige Nicht-NATO-Staaten erhöhen, wie zum Beispiel Schweden. Aber Deutschland ist der Staat, der ohnehin vom Anteil her schon sehr viel zahlt und der zumindest es geschafft hat, in den letzten Jahren nicht weiter zu kürzen. Und das ist schon mal nicht ganz schlecht. Wie würden Sie denn die momentane Eskalationsstufe in dieser Krise, in der Ukraine-Krise beurteilen, wenn man das Vorgehen des russischen Militärs zum Beispiel betrachtet, das Zusammenziehen an der ukrainischen Grenze? Wie dramatisch ist das aus Ihrer Sicht? Es ist sicherlich aus der Sicht der Ukraine sehr dramatisch. Ich glaube, dass Putin sich mit der ganzen Aktion angefangen, mit der Annexion der Krim, einen Bärendienst erwiesen hat. Er hat einen weiteren instabilen Ort an seiner Grenze geschaffen. Die Ukraine, wir wissen nicht, wo es dahin geht. Wir wissen nicht, wie sie sich weiterentwickelt. Offenbar zerfällt der Staat als Option sogar. Also was er damit letztendlich gewonnen hat, ist mir nicht ganz klar. Und mir ist auch nicht klar, dass ja, oder wahrscheinlich wird es klarer, dass die Kosten dieser Aktion für Russland dramatisch hoch sind. Wahrscheinlich höher, als man selber eingeschätzt hat. Das erklärt vielleicht, dass man jetzt etwas weniger sozusagen auf den Dampf drückt und halt eben Streitkräfte zurückzieht. Wir wissen noch nicht genau, was Moskau eigentlich will. Aber vermutlich hat er sich in den letzten Wochen etwas abgeschwächt. Wird denn hinter den Kulissen zwischen der NATO und Russland verhandelt, zwischen dem russischen Militär und der NATO verhandelt? Gibt es da Gespräche? Wie ist da Ihr Kenntnisstand? Es gibt natürlich sehr intensive Gespräche. Deswegen ist ja auch immer der Gegensatz, der konstruiert wird. Auf der einen Seite, die NATO verstärkt ihre Verteidigung. Das heißt ja nicht, dass man auf der anderen Seite Gesprächsfäden kappt. Natürlich kooperiert man mit Russland, nicht nur mit Blick auf die Ukraine. Es gibt ja auch andere Bereiche, wie zum Beispiel in Syrien, wo man eine gemeinsame Agenda hat. Insofern schließt das eine das andere nicht aus. Zusammenarbeit mit Russland und Sicherheit vor Russland ist nicht unbedingt ein Gegensatz. Sehr wohl ist ein Gegensatz, Sicherheit vor Russland und Partnerschaft mit Russland. An diesem Punkt hat Russland wahrscheinlich überschritten. Deswegen ist die Mehrzahl der NATO-Staaten nicht mehr bereit, Russland als Partner anzusehen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Kamp. Sehr gerne.